Und da sind wir auch wieder direkt zurück. Und ich fall natürlich gleich erstmal wieder nach unten. Wie schön ist das? Gibt's doch gar nicht hier. Die haben so ein Lecher hier, Junge. Kaliber 50. Ich weiß gar nicht, wofür wir die überhaupt benötigen, ehrlich gesagt. Oh, das geht mal her. Oh, gibt ja doch noch ganz schöne Sachen. Mensch, ich hab gar nicht gedacht. Gibt mal hier sogar noch First Aid. Alles da. Ist das hier? Oh, ist das noch ein Schafschaf. Ach, so selbst die Booten direkt, ne? Nee, überleg nicht. Komm. Guck mal, da legt das hier auch noch extra hier auf die Munitionsbehälter. Damit man das gar nicht sieht. Der Halunke, der. Okay, dann können wir wieder weg hier, ne? Dann können wir wieder raus. Und wir müssen eigentlich in Richtung... Was ist das? West, fast West, so, ne? Ja. Magazin ist voll. Oder Fusions, äh... Zellen. Zelle ist voll. Oh, das sieht ja auch, äh... doll aus hier. Wollen wir die Roboter rausholen? Was passiert jetzt? Ach, du Kacke. Nee. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Das fängt ja schon wieder gut an. Dann nehmen wir uns erstmal gleich hier... Wo ist er denn? Den hab ich doch noch mit, ne? Äh... Hab ich den nicht mehr? Warum nicht? Oh, guck mal, da ist sogar so ein Teil drauf. Ach, darum steht das ja davor, ne? Aufklärung. Alles klar. Hä, wo ist denn das? Ah, das hat Nick, ne? Guck mal hier. Nein! Hey. Hier ist mein Angebot. Ja, schnell. Alter. Ja, Quatsch, noch Quatsch. Wo ist denn das Teil? Da. Da. Den Braurig. Ich mein, bis jetzt hat er uns ja noch gar nicht getan, ne? Aber... Vielleicht hat er das doch gar nicht richtig mitgekriegt, ob wir gesehen. Wo ist denn das Teil? Ja, schieß auf den, genau. Alter. Ja, der lenkt den schön ab, das ist gut. Ei, 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 ei. Helds, Helds, ich brauche Helds, schnell. Wo sind die scheiß Spritzen schon wieder? Hey! Da! Was macht er denn? Nein! Alter, wie schnell der ist, ne? Der Pisser. Oh. Das scheiß Nachladen, dann rennt der wieder nicht, der Pisser. Alter, jetzt renne ich hier die Händzeit um das Olle House. Muss man sich wieder nicht schaffen. Alter, ist der noch nicht kaputt, das gibt's doch gar nicht. Noch nicht. Jetzt halt an. Ganz ehrlich mal. Alter. Huiuiuiuiuiuiui. Ohohoho, alter. Oh, wir sind auch stark. Äh. Ah, nicht schlafen. Junge, junge, junge. Wo warst du denn? Hast du dich versteckt oder was? Mann, Mann. Ich hab hier zu tun mit das Ding. Du hast alles, was du nicht mehr tragen kannst, denn in meine Richtung. Ja, 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 du kannst ja sowieso gar nichts mehr tragen. Außer den Raketenwerfer, du Blödmann. Alter, da kommt der Scheiß auf jeden Fall hier einfach raus, ne? Der Roboter. Und dann ist hier nicht mal großartig, was? Was ist denn da? Achso. Extra stark. Halt. Nein. Was ist das noch? Wir können es doch. Was ist denn da da rum? Ach, eine Kiste. Das sieht so komisch aus. Ach doch, hier ist noch ein Safe. Guck mal, was ist das? Zementzack. Den machen wir erst auf. Langsam. Langsam. Oh, passt, Mensch. Ja. Ja. Ach, komm, die Perlen. Ein bisschen können wir ja noch tragen, aber... Viel eben nicht mehr, ne? Experte. Wie schön. Na, bitte. Das läuft ja, Junge. Ich glaube, das war in der letzten Folge oder vorletzten... Vorletzten Folge auch schon, ne? Einheit aktivieren. Dass ich auf Schlag gleich das Richtige genommen hatte, ne? Ja, und dann Standard einfach, ne? Oder was? Ja, komm. Gut. Die tun uns ja jetzt nichts, ne? Ne. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Ja, jetzt wissen wir doch langsam, dass du schützt und dienst. Wir halten uns aber gar nicht weiter auf hier. Da ist ja auch gar nichts mehr. Sondern ziehen direkt weiter. Ich möchte jetzt wirklich mal... Vielleicht schaffen wir das in der Folge sogar noch. Äh, wenigstens bis dahin zu laufen. Ähm, bezweifle ich zwar, aber... Ach, guck mal, da ist sogar auch gleich eine Straße. Oder eine Brücke, ne? Wie müssen wir denn so? Da? So lang? Ja. Ne. Kann ich nicht eigentlich auch durch Wasser direkt? Ach, muss ja nicht sein, ne? Ne, wir nehmen mal richtig lieber hier die Straße. Das Leben meines Detektivs ist nicht leicht. Aber es ist selten langweilig. Ja. Ne, ist wieder gut, ne? Der mit seine... Äh, der ist so ein richtiger... So ein richtiger... Oh. Sprückelklopfer. Das ist aber auch ein großer Teddybär, ne? Na, den nehmen wir doch mit. Da wird sich ja Dogmeat freuen. Weg hier. Ach, jetzt sag bloß, wir kommen da gar nicht rüber. Ach, du Scheiße. Ja. Und nun? Soll ich... Soll ich springen einfach, oder wie? Und dann da hinten wieder raus, ja, oder? Pass auf, ich mach mal lieber... Nein. Ich kann ja mal lieber einfach eh mal kurz hier, zack. Schnell speichern. Und dann... Geronimo! Weil es ist ja... Hätte ja sein können, da... Muss er denn? Da, ne? Ja. Hätte ja sein können, da würde ich wieder abkratzen. Möglich ist ja alles bei dem Spiel. Und ich hab draus gelernt, ich mach das jetzt dann lieber immer ein bisschen mit. Zwischendurch mal schnell speichern. Das ist, äh... Das kommt ganz gut. Zwischendurch einfach mal abzuspeichern. Ist auch nicht schlimm. Dauert nicht lange. Tut nicht weh. Also, was spricht dagegen? Da kommen wir nicht rein. Was ist denn das hier? Für ein Arm. Ey, was war denn das hier mal für ein Teil? Wer weiß. Bis jetzt ist alles noch ganz ruhig hier, ne? Ich staune. Aber das heißt natürlich nicht, dass das so bleibt, ne? Sicher fühlen kann man sich hier nie. Oder sollte man sich nie. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Ist das ein Ghul, oder... Nein, 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 nein. Boah, nee, ne? Jetzt zieht das hier aber noch wieder los. Da kommen sie schon alle. Scheiße. Alter, ich mit meiner Ziel... Zielkunst immer. Da, da. Das ist ja arm ab. Ist das geil? Das sieht doch... Total krass aus, oder was? Nein. Wer? Oh, jetzt geht da hinten schon wieder ab, die Party. Alter. Mit was schießen die denn da immer, Junge? Mit... 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 Mit'n Fat Man, oder was? Guckt euch das mal an, da hinten. Da ist ja... Silvester, ein Scheißdreck gegen, Junge. Oh, 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 oh. Da sehe ich sie schon. Die... Holen. Wo kommst du denn her, Alter? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Wo ist er hier hin? Versuche wir erst mal da... auszukommen. Ist da auch schon wieder so ein Scheiß-Roboter, oder was? Was ist das hier für eine Lampe? Lavinen. Schien Arena? Alter, da ist überall Strahlung, oder? Da muss irgendwo noch so ein... Was ist das? Was ist denn da? Wieso kann ich da nicht nehmen? Hm. Komisch. Was ist hier gar nicht so ein... Ach da! Einsteiger. Das kriegen wir doch. Das ist doch kein Problem. Oder was? Pass auf, hier scheitert jetzt natürlich wieder. Siehste? Ein Treffer. Wahrscheinlich dann U, ne? An zweiter Stelle dann U. Nee, höchstwahrscheinlich doch nicht. Ja, dann wird noch wieder der schlausten einer. Nehmen wir mal das. Och, jetzt hör auf. Das gibt's doch gar nicht, ne? Nehme ich den hier unten nochmal. Bin durch. Och, danke. Äh... Jo. Achso. Hmhm, hmhm, hmhm. Schön. Lass nochmal raus. So, zack. Und dann... Standard. Ne? Oder was haben wir... Was ist denn das hier alles überhaupt? Erste Hilfe? Ach, die können uns dann heilen wahrscheinlich auch, oder was? Oder wie? Ich probier das einfach mal aus. Gut. Hallo. Oh. Ja, ist ja... Ist zu sehen, ne? Da ist die verstorben. Huh. Wie die verstorben ist. Das sind ein paar Quatschköppel. Jetzt geht doch mal ein bisschen schneller, ich will hier raus. Leute, hallo. Geh mal bitte weiter. Alter. Und wieso... Ey. Ich komm mir nicht rüber. Gibt's doch gar nicht. Voll in die Fresse, ihr Hau. Neues Spielzeugauto, na. Hurra. Was ist hier noch schön denn? Auf jeden Fall ein... Ein leuchtender Pilz. Leuchtender Pilz, leuchtender Pilz. Eigentlich wollen wir zum leuchtenden Meer. Wachen die jetzt hier? Die stellen sich jetzt hier auf, oder was? Nick, beruhig dich mal wieder, Junge. Lass die Leute in Ruhe da hinten. Komm, wir... Wir gehen jetzt auch weiter hier. Guck mal, da ist sie gar nicht mehr weit. Und da... Alter, das knallt und scheppert hier überall. Ich hatte ja gesagt, das möchte ich eigentlich noch ganz gerne schaffen in dieser Folge. Aber ich sehe gerade... Äh... Die Zeit ist gleich. Verdammte Axt. Würde ich sagen... Muss ich mich... Wurde ich hier erstmal wieder verabschieden von euch, Freunde. Und da hinten sieht schon ganz danach aus. Nach dem leuchtenden Meer. Da ist auch irgendwas, ne. Was da so komisch... Leuchtet oder strahlt, ne. Also wir sind schon ganz nah dran. Gut, Leute. Hier wir... Die Folge leider wie rum. Aber naja... Beim nächsten Mal sehen wir uns ja wieder. Also ich sage Tschüss und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Das istumenik.